Hallo, liebe Freunde, liebe Follower, hier ist wieder euer Sören Gutzi. Nach einiger Zeit melde ich mich mal heute ganz entspannt hier aus meinem Heimathafen. Ich muss mal eben loswerden. Ich möchte mich ganz, ganz doll bei euch bedanken für eure Treue. Wenn ihr meine Videos klickt und die gefallen euch, dann macht mal einen Daumen hoch, das dürft ihr nicht vergessen. Und wenn ihr euch nicht gefallen, nicht Daumen runter machen, dann macht ja nichts. Wenn ihr euch nicht gefallen, könnt ihr noch eins machen, dann abonniert den Kanal. Dann werdet doch immer informiert und braucht irgendjemand da alles kicken. Wenn was neu ist, werdet da informiert. Und ich habe jetzt schon, das müsst ihr euch mal vorstellen, 11 Abonnenten in 2 Monaten. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist eine Steigerung auf das ganze Jahr gerechnet. Das ist eine Steigerung von 800 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Erfolg ist. Und das finde ich ganz gut. Das habe ich euch zu verdanken, meine Affeniermeine. Alle, die das kicken, egal wer das ist, ob das mein Chef ist. Oder wer auch immer. So, ich habe heute einen ganz entspannten Tag gemacht, eine lange Zeit mal. Habe die Arbeit mal Arbeit sehen lassen, alle Fünfe gerade sein lassen. Ich war jetzt früher im Bäcker und da bin ich drin gekommen und da sage ich, weil ich ja höflich bin, es ist das Ende der Schlange, da sagt der vor mir, nee, hier stehen alle verkehrt rum, du bist dran. Das verstehe ich nicht. Das ist auch real. Da ist eine ganz süße Bäckerei-Verkäuferin, die finde ich nur, das ist eine ganz nette. Und da habe ich ja da, habe ich mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ich finde sie unwahrscheinlich nett und attraktiv. Darf ich sie mal so zum Kaffee erinnern? Da sagte sie, so ging Sex. Ich sagte, nee, nur so. Nur so. Hätte ich nicht verstanden. Naja, ich habe dann aber trotzdem noch ein Stück Kuchen gekauft, da sagt sie, das heißt Schnecke. Ich sage, gut, ich will das Ding da, Schnecke. Natürlich, weil ich nicht. Ich freue mich, dass wir die nächsten zwei Monate hingehen. Naja, bitte, ja, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Tag. Bleibchen gesund. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ich verabschiede mir hier von den schönen, kann ich ruhig sagen, wa? Obersee. Macht's gut, Freunde.